Und Josef? Ohne eine Vorstellung davon, wie die Zähne sich mit seinem Traume quälten, kümmerte er sich um nichts als darum, dass sie ihm nicht hatten glauben wollen, und sann also auf nichts als darauf, sie gläubig zu machen, gläubig in doppelter Hinsicht auf die Wirklichkeit seines Traumes und auf seine Wahrheit. Wie geschah das am besten? Dringlich fragte er sich so und wunderte sich später selbst, dass er sich keine Antwort gewusst hatte, sondern dass diese Antwort ihm hatte gegeben werden oder sich ihm selbst hatte geben müssen. Er träumte nämlich einfach noch einmal. Eigentlich denselben Traum, nur in so viel pomphafterer Gestalt, dass die Bestätigung viel nachdrücklicher war, als wenn nur das Garbengesicht sich wiederholt hätte. Nachts unter offenem Sternenhimmel träumte er so auf der Tenne, wo er um diese Zeit öfters mit einigen Brüdern und Knechten die Nächte verbrachte, um das Getreide zu hüten, das noch nicht ausgedroschen und noch nicht in den Gruben des Feldes verwahrt war. Und es bedeutet keinerlei Aufklärung darüber, woher die Träume kommen, wenn man bemerkt, dass die Anschauung der Himmelsheere vor dem Einschlafen sein Träumen wohl mudelnd beeinflusst, auch die Nähe- und Schlafgenossenschaft einiger von denen, die er zu überzeugen wünschte, insgeheim einen starken Reiz auf sein Traumorgan ausgeübt haben mochte. Die Form der Mitteilung freilich machte ihm, als er nachts aus dem Trauma auffuhr, voll Freude nunmehr einen so schlagenden Beweis für die Glaubwürdigkeit des Vorangegangenen in Händen zu haben, einige Sorge. Und zwar bezog diese Sorge sich vor allem gleich auf die Frage, ob denn die Brüder ihm überhaupt zur Rechtfertigung Gelegenheit gewähren, das heißt, ihm erlauben würden, noch einen Traum zu berichten, das schien ihm denn doch zweifelhaft. Darum galt es, Vorkehrungen gegen die Verweigerung ihres Gehörs zu treffen, und schon nachts auf der Tenne fand Josef sich Rat, wie dies anzustellen sei. Am Morgen ging er zum Vater, wie es seine Gewohnheit war, da Jakob ihn in jeder Frühe sogleich zu sehen, ihm in die Augen zu blicken, sich seines Wohlseins zu versichern und ihn für den Tag zu segnen wünschte, und sagte, »Recht guten Morgen, mein Väterchen, du Gottesfürst, siehe ein neuer Tag, den die Nacht gebar, ich glaube, er wird gar warm werden. Einer reiht sich an den anderen nach Art einer Perlenschnur, und dem Kinde gefällt das Leben. Namentlich zu dieser Frist, da wir einbringen,« sagte es ihm zu, »auf dem Felde ist schön, man rackere nun oder raste, und bei gemeinsamer Rührigkeit befreunden sich die Menschen.« »Was du sagst, klingt mir angenehm,« erwiderte Jakob, »so vertragt ihr euch wohl auf Tenne und Acker und kommt miteinander aus in dem Herrn, die Brüder und du, vorzüglich,« antwortete Josef. »Von kleinen Unstimmigkeiten abgesehen, wie der Tag sie mit sich bringt und der Welt zur Stückelung sie zeitigt, geht alles am Schnürchen, denn mit redlichem Wort, sei es auch einmal etwas derb, wird die Irrung geklärt, und dann herrscht wieder Eintracht. Ich wollte, das Väterchen wäre des einmal Zeuge. Nie bist du dabei, und oft wird's bedauert in unserer Gemeinschaft. Ich liebe das Ackerwerk nicht,« versteht sich, »versteht sich.« »Und doch ist's schade, dass die Mannschaft den Herrn nicht sieht und sein Auge nicht weiß über aller Verrichtung, zumal die Gemieteten auf die kein Verlaß ist, so klagte mein Bruder Jehuda mir jüngst vertraulich, dass sie zumeist die Rädchen am Dreschwagen nicht ordentlich wetzen. Da quetschen sie nur, statt zu schneiden. So geht's, wenn der Herr sich nicht sehen lässt. Ich muss deinen Vorwurf wohl gelten lassen. Vorwurf behüte Gott meine Zunge. Eine Bitte ist's, deren das Reis sich vermisst im Namen von Elfen. Auch sollst du unser Rackern nicht teilen, den Erdienst, das Balswerk. Wer mute dir's zu, sondern nur unsere gute Rast, wenn wir das Brot brechen bei gipfelnder Sonne im Schatten und schwatzen uns eins, wir Söhne von einem und vieren. Und wer was weiß, der erzählt einen Schwank oder Traum. Da haben wir uns oft angestoßen mit den Ellbogen der eine den anderen und untereinander mit Nicken gemeint, wie lieblich es wäre, im Kreise zu hegen das Vaterhaupt. Ich will einmal kommen, gejauchzt, komm heute gleich und beehre die Söhne. Die Arbeit geht schon zu Rande, es ist keine Zeit zu verlieren. Heute also ist's ausgemacht. Ich sage den Rotäugigen nichts und verplaudere mich nicht vor den Söhnen der Mägde. Die Freude soll sie übernehmen. Das Kind aber wird wissen bei sich, wem sie's alle verdanken und wer ist zierlich eingefädelt in Treue und Schleue. So Josefs Anschlag. Und wirklich, um dieses Tagesmittag saß Jakob bei seinen Söhnen unter dem Schattentuch auf dem Felde, nachdem er die Korngruben besichtigt und auf der Tenne die Schärfe der Räder des Dreschwagens mit dem Daumen geprüft hatte. Die Verblüffung der Brüder war groß. Der Träumer hatte die letzten Tage her die Stunde ihrer Rast nicht geteilt. Nun war er wieder da, den Kopf im Schoße des Vaters. Es war klar, dass er da sein musste, wenn sie der Vater besuchte, nur fragte sich, was den Alten denn plötzlich herbeigeführt hatte. Sie saßen recht steif und schweigsam, alle schicklich bekleidet, mit Rücksicht auf Jakobs Gesinnung. Der wunderte sich, wie doch so gar nicht jene gesunde Vertraulichkeit hervortreten wollte, die nach Josefs Worten das Kennzeichen der Stunde hätte sein sollen. Es mochte die Ehrfurcht sein, die sie hintan hielt. Selbst Josef war schweigsam. Fast hätte er den Augenblick versäumt, seinen Streich noch zu führen, denn da es langweilig war, drohte verfrühter Aufbruch. Doch hätten selbst die Vorzeichen eines solchen seine berechtigte Zaghaftigkeit sehr möglicherweise nicht zu überwinden vermocht, wenn nicht Jakob zuletzt noch sich gütig erkundigt hätte. Wie war es denn? Hörte ich nicht, ihr erzähltet euch Schnurren und Träume im Schatten um diese Stunde? Sie schwiegen verwirrt. Ja, Schnurren und Träume, rief Josef erregt. Wie gingen sie uns sonst in einzelnen Fällen behennt von den Lippen. Weiß jemand etwas Unerhörtes? fragte er dreist in die Runde. Sie starrten ihn an und schwiegen. Ich aber weiß was, sagte er und richtete sich auf aus dem Schoß mit ernster Miene. Ich weiß einen Traum, den ich geträumt in dieser Nacht auf der Tenne. Den sollt ihr hören, Vater und Brüder, und sollt erstaunen. Mir träumte... Er setzte wieder an und stockte. Eine gewisse bedenkliche Veränderung und Verzerrung ging vor mit seinen Gliedern. Dieses krampfige Steigen von Nacken und Schultern, dieses sich verdrehende Arme. Er senkte den Kopf und das Lächeln seiner Lippen schien beschönigen und entschuldigen zu wollen, dass seine Augen plötzlich weiß waren. Mir träumte... wiederholte er kurzatmig und ich sah im Traume, Dies sah ich. Ich sah die Sonne, der Mond und elf Kokabim warteten mir auf. Sie kamen und neigten sich vor mir. Niemand rührte sich. Jakob, der Vater, hielt streng seinen Blick gesenkt. Es war recht still. Aber in der Stille begab sich ein schlimmes, geheimes und dabei unüberhörbares Geräusch. Das waren die Brüder, die mit den Zähnen knirschten. Die meisten knirschten, indem sie die Lippen geschlossen hielten, aber Schimeon und Levi bläckten sogar die Zähne dabei. Jakob hörte das Knirschen. Ob auch Josef es auffasste, ist ungewiss. Er lächelte, den Kopf auf der Schulter, bescheiden und beschaulich vor sich hin. Jakob blickte scheu in die Runde, erfand das Erwartete. Zehn Augenpaare waren wild und dringlich auf ihn gerichtet. Er nahm sich zusammen, machte sich stark. So rau wie nur irgend möglich, sagte er hinter dem Knaben, Josef, was für ein Traum ist das, der dir geträumt hat, und was soll es heißen, dass du so träumst und erzählst uns das Abgeschmackte. Soll ich und deine Mutter und Brüder kommen, dich anzubeten? Deine Mutter ist tot. Damit beginnt der Irrwitz. Doch viel fehlt, dass er damit endete. Schäme dich. Ich bin in meiner Seele enttäuscht, dass du es mit reichlich siebzehn Jahren und trotz aller Geistesklärung durchs schriftlich Vernünftige, die ich dir angedeihen lasse, durch Eliezer, meinen ältesten Knecht, noch immer nicht weitergebracht hast im Gottesverstande, dass du dir so unehrbares Träumen lässt und spielst vor Vater und Brüdern den Haselanten. Sei hiermit gestraft vor mir. Ich würde dich härter strafen und dich vielleicht sogar schmerzhaft am Haar zausen, wenn dein Geschwätz nicht allzu kindisch gewesen wäre, als dass der Reifere sich möchte anfechten lassen davon und der Gesetzte versucht sein könnte, dir's heimzuzahlen mit Strenge. Lebt wohl, Söhne Leas, gegrüßt nach der Mahlzeit, Söhne Silpas und Bilas. Damit stand er auf hinter Josef und ging. Seine Strafrede, ihm abgenötigt von den Blicken der Söhne, hatte ihn viel gekostet und zu hoffen war nur, dass sie die Buben befriedigt hatte. Wenn wirklicher Zorn darin gewesen war, so hatte er dem Umstand gegolten, dass Josef nicht ihm allein seinen Traum anvertraut hatte, sondern so töricht gewesen war, die Brüder zu Zeugen zu machen. Hätte er es darauf angelegt, dem Vater Verlegenheiten zu bereiten, er hätte es, dachte Jakob, nicht passender beginnen können. Das würde er ihm schon noch sagen, unter vier Augen, da er es soeben nicht hatte sagen dürfen und wohl durchschaute, dass der Durchtriebene sich der Brüder zum Schutze bedient hatte gegen ihn, wie seiner gegen die Brüder. Er hatte Mühe, ein gerührtes und entzücktes Lächeln ob dieser Verräterei aus seinem Bart zu vertreiben, während er heimwärts ging. Der schwache Vater, er hatte wohl ergrimmen mögen über das Bild, dass er und sie alle kommen würden, den Nichtsnutz anzubeten. Das war ihm misslich zu hören, denn betete er ihn nicht an. Fragt man nach den Brüdern, so brachen sie kaum, dass sich Jakob entfernt, ebenfalls auf wie ein Mann und drängten ins Freie. Nach zwanzig stürmischen Schritten ins Feld hinaus blieben sie stehen zu kurzer, bewegter Beratung. Der große Ruben führte das Wort, er lehrte sie, was hier zu tun, hinweg, das war es, hinweg, allesamt vom Vater Herde in freiwillige Verbannung. Das werde, sagte Ruben, eine würdige und packende Kundgebung sein und die allein mögliche Antwort von ihrer Seite auf diesen Gräuel. Hinweg von Josef, dachte er, damit kein Unglück geschehen. Doch sagte er es nicht, sondern wußte die Maßregel, gänzlich ins Licht stolz strafenden Protestes zu setzen. Noch diesen Abend redeten sie vor Jakob und taten ihm kund, sie gingen an einem Orte, wo solche Träume geträumt würden und wo man sie erzählen dürfe, ohne eine andere Gefahr zu laufen als allenfalls, vielleicht, wenn es schlimm wurde, etwas am Haar gezaust zu werden. An einem solchen Orte, sagten sie, sie blieben sie nicht, sie hätten dort nichts verloren. Sie neigten sich und beugten sich, sagten sie und taten es auch zugleich, vor ihm, dem Vater, zum Abschied, in Ehrfurcht. Ihm Leid zuzufügen oder auch nur Bedauern einzuflößen durch ihren Hingang, brauchten sie nicht zu besorgen, denn Jakob, der Herr, das sei bekannt, gebe zehn für einen. Jakob senkte das Haupt. Fing er wohl an, zu befürchten, die Gefühlsherrlichkeit, in der er sich nachahmend gefiel, werde übel vermerkt am Orte des Vorbilds? Ihnen hat war der Herr größer, zehn Art conjunction, in der er sich nachahmend befindet, bei der Herr größer, Vielen Dank.